Und ja, nun ist es inzwischen 13 Uhr und 15 Uhr. 85 Grad Kerntemperatur ist erreicht. Ich habe mich doch ein bisschen verschätzt. Wahrscheinlich war das Tier zu kalt am Anfang. Es ist wunderbar braun geworden. Ich habe es schon mal gekostet. Ich denke noch 10 Minuten und bei 87, 88 Grad Kerntemperatur werde ich das Tier vom Spieß nehmen. Mal probieren und dann wird gegessen. Ich schaue mal, was das ausgeworfen ist. Sieht also absolut toll aus, der Goldbräuler. Wirklich Goldbräuler wie in der Heinzstraße früher, als sie in der Auslage gegrillt. Ja, ein bisschen Unwucht. Ich lasse es mal durchlaufen, damit ihr es seht. Alles im grünen Bereich. Inzwischen ist das Lose geworden. Das Fleisch ist zarter geworden. Es hält nicht mehr so die... Und die heißen Zwingen werde ich nicht mehr anfassen. Lassen wir ihn durch, Leute.